Willkommen zu dieser Neumund Meditation. Diese geführte Meditation begleitet dich dabei, dich auf ein neues Kapitel in deinem Leben vorzubereiten und unterstützt dich beim spirituellen Wachsen. Begib dich in eine für dich bequeme Position. Schließe deine Augen und atme langsam tief ein und aus. Entspanne dich. Lass deinen Atem leicht und in deinem eigenen Rhythmus fließen. Während du atmest entspannen sich deine Augen. Dein Mund. Deine Schultern. Und dein gesamter Körper. Spüre ein Gefühl der Leichtigkeit in dir. Öffne dein Herz für die allumfassende Energie, die uns umgibt wie eine leichte Sommerprise. Stell dir nun den tiefdunklen, klaren Nachthimmel vor. Um dich herum ist Natur und Weite. Du siehst Millionen von hell leuchtenden Sternen über dir. Irgendwo da draußen am Nachthimmel befindet sich auch der Neumond. Den du zwar nicht sehen, aber dessen Energie und Weisheit du spüren kannst. Vertraue auf seine Kraft. Mit dem Neumond beginnt ein neuer Zyklus und damit auch ein neuer Kreislauf für dich. Die Neumondzeit gibt dir die Möglichkeit, einen neuen, positiven Lebensweg zu beginnen. Um deine Vision wahr werden zu lassen und beständig zu wachsen. Was wünschst du dir aktuell Neues in deinem Leben? Was darf sich entfalten, erblühen und entwickeln? Stell dir vor, wie du dieses Neue tief in dir einpflanzt. Fühle, wie deine Vision zusammen mit dem Neumond wächst und gedeiht. Spüre, wie dich alles um dich herum ist. Sanft auf deinem Weg unterstützt. Atme dieses Gefühl tief ein. Anwesend. Amesend. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Komm nun langsam zurück. Atme tief ein und aus. Bewege deine Finger und bewege deine Zehen. Bewege deine Hände und deine Füße. Öffne deine Augen. Du bist nun aufgeladen und gesegnet mit der sanften Energie des Wachsens und wirst an der Seite des Neumonds reifen und deine Wünsche erfüllen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020